Es ist Feiertag in den Staaten, aber trotzdem, die Indizes bewegen sich, wenn auch die Aktienbörse aktuell natürlich zu ist. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass natürlich viele auch Institutionelle sagen, hey, dann muss ich auch heute gar nicht ran. Und wir wissen, wie das so schön ist, wenn es in einem Land zu ist und insbesondere in Amerika, dann sagen natürlich auch andere, na gut, wenn das Volumen sowieso niedrig ist, dann machen wir auch nicht so richtig was. Woher sollen also Impulse kommen? Aktuell zumindest mal nicht vom US-Amerikanischen Aktienmarkt. Das können wir schon mal sagen. Und folgerichtig ist das, was wir heute seit Nachts, also heute Morgen im Prinzip hier sehen beim Nasdaq, Nasdaq Future wohlgemerkt, also der Index ist ja zu natürlich, aber ist das eine Aufwärtsbewegung? Yep, soweit der gute Teil, aber eine noch relativ leidenschaftslose Gegenbewegung, würde man wahrscheinlich sogar sagen, aufgrund dieser vielen Rücksetzer, die ja doch ausprägungsgemäß zu groß ausfallen gegenüber der starken oder eben nicht starken Aufwärtsbewegung. Gucken wir uns das mal an, wie es beim Marktbreitenindex, den S&P 500 aussieht, gemessen ebenfalls natürlich am Future-Kurs, dann sehen wir, dass es im Wesentlichen genau das Gleiche ist. Also vielleicht ein bisschen anders vom Verlauf, aber immerhin, es geht nach oben. Also insofern ist im Moment jetzt keine aktuelle Schwäche hier zu erkennen im amerikanischen Markt. Wie soll man jetzt also damit umgehen? Also aus meiner Sicht heute die Bälle relativ flach halten. Wir müssen einfach damit rechnen, dass all das, was wir hier sehen, relativ wenig Aussagekraft hat. Trotzdem, zum Abschluss zumindest nochmal zum amerikanischen Markt hier, müssten wir nochmal eine Geschichte uns angucken, die optisch zumindest mal gar nicht so schlecht aussieht, nämlich das, was wir hier haben seit diesem Minutenschart. Wohlgemerkt an einem Feiertag, trotz alledem als Eyecatcher ein Klassiker, nämlich die Chance, dass die starke Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten im Minutenschart, durch die sie hier abgelöst wurde. Und das wäre eigentlich ein mustergültiger Einstieg aus meiner Sicht, um den Trend nochmal nach oben ein bisschen fortzusetzen. Ist das tatsächlich so? Na gut, es ist im Prinzip so ähnlich, wie wir das hier haben. Und dann ganz klar wackelig hier die Abwärtsseite und nochmal die Trendfortsetzung. Das Prinzip ist also relativ einfach und scheint offensichtlich auch an einem Feiertag zu funktionieren. Ich bin da etwas vorsichtig. Am Feiertag halte ich mich da doch deutlich mehr zurück. Und noch sind wir ja auch nicht über den Trigger. Wen es interessiert, es wäre das Zwischenhoch von 14 Uhr, fast 15 Uhr hier das Zwischenhoch. Das wäre ein möglicher Trigger hier für die Longseite. Allerdings dürfen wir eins nicht vergessen, dass diese Abwärtsbewegung, nämlich diese hier, aber auch dieser ABC ihrerseits zwar der starken Aufwärtsbewegung entgegenstehen, aber ihrerseits auch wieder mit Überlappung hier daherkommen. Dieses Tief ist niedriger als das Zwischenhoch zuvor. Also genau nicht das, was Stärke eigentlich idealerweise ausmacht. Wie ihr damit heute jetzt umgeht, das überlasse ich vorsichtshalber mal euch. Theoretisch eine Long-Idee, aber praktisch, wie gesagt, feiertagsbedingt mit Vorsicht zu genießen. In diesem Sinne können wir eigentlich nur nochmal abschließend auf den DAX gucken. Der hat sich zumindest mal gar nicht so schlecht jetzt entwickelt, nachdem es ja doch zuletzt relativ deutlich nach unten gegangen ist. Also auch hier die positive Tendenz. Allerdings machen wir uns nichts vor, ob der DAX heute noch irgendwas reißen kann, denn der ist ja schon fast durch. Und an einem Tag, wo eigentlich keine externen Impulse aus Amerika kommen, wo wir doch wissen, dass der Markt ja doch einerseits von der FED und der Geldflutung auf der anderen Seite natürlich von den großen Fangtiteln hier bewegt wird, ebenfalls mitgerissen wurde. Also insofern das Ganze mit ein bisschen Zurückhaltung zu sehen. Das ist allerdings nicht das, was die ganze Woche uns begleiten sollte, denn morgen geht es ja schon wieder weiter. Da ist auch Amerika wieder voll mit dabei. Und dann macht es auch enorm Sinn, da wieder mit am Ball zu sein. Wenn ihr sagt, am Ball bleiben, das ist mein Stichwort. Ich will das ja sehr, sehr gerne, aber nicht immer unbedingt alleine. Dann ist es vielleicht nicht so uninteressant für euch, das Born for Trading sich mal genauer anzugucken. Ihr könnt euch da kostenfrei anmelden, Link unten drunter jetzt unter diesem Video. Dort gucken wir, dass wir immer wieder Beiträge per Video auf Smartphone dann eben schicken oder in der Live-Variante sogar, wer das noch möchte, dann eben gemeinsam da drauf zu gucken. Das wäre dann das für Fortgeschrittene sozusagen. Ansonsten der Trade des Tages, heute sicherlich nicht. Was sollen wir da jetzt machen, wenn der Markt zur Hälfte ja zu ist? Und zwar zur wesentlichen Hälfte, wie ich denke. Aber ab morgen dann auf jeden Fall dementsprechend auch das nicht verpassen anmelden. Und ihr kriegt immer eine Information, wenn wir einen Trade haben, den wir hier vorstellen mit unseren ganz konkreten Marken. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Einen geruhsamen Tag. Vielleicht in einer schönen Vorbereitung auf das, was die Woche über noch kommen kann. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.